Bei Harmore handelt es sich um einen Synthesizer, der, ich finde, meiner Meinung nach ein komplettes Remake seiner Oberfläche braucht, allerdings ist er sehr, sehr krachtvoll. Also man sieht allein schon an den Presets, wie versatile, also wie vielfältig der ist. Ihr könnt ja alles von Pads zu Bass zu Keyboards rausholen, allerdings ist halt die Oberfläche ein bisschen nicht anfängerfreundlich, deswegen würde ich euch es schon ans Herz legen. Man kann ja auf jeden Fall alles rausholen, ich glaube, hier kann man sogar eine Rakete bauen, die Schach spielt, allerdings würde ich für den Anfang eher zu Harmless raten, weil Harmore, Harmless, Harmless sieht nochmal ein bisschen ordentlich aus, aber hier ist das Ergebnis eigentlich schon... Also die Sounds klingen an sich alle fett, allerdings die Oberfläche...